Hallo meine Lieben und willkommen zu unserem Bauch-Beine-Po-Workout. Es wird heute ganz schön hart und ich bin schon ein bisschen am zittern, aber auf jeden Fall euch gut vorher aufwärmen. Ich verlinke euch unten nochmal ein Video von mir, wie ihr euch aufwärmen könnt, aber ihr könnt euch natürlich auch sehr gerne selber aufwärmen, wie ihr wollt und dann geht es auch schon los. Wir machen diesmal so Blöcke, das heißt Bauch gibt es einen Block, Po gibt es einen Block, Beine gibt es einen Block, aber wir machen das ganz umgekehrt, weil wir eigentlich immer mit den größten Muskeln anfangen, das heißt wir fangen mit Beinen an, dann gehen wir zu Po rüber und der letzte Block, der ist dann Bauch. Seid ihr bereit? Okay, Intervall ist 10 Sekunden Pause und 50 Sekunden Arbeit und dann würde ich sagen, los geht's. Wir machen Side Jumps, das heißt immer zur Seite weg, hopp und wieder fangen, zur Seite weg. Ja, wir fangen noch, ich würde sagen, fast normal an, damit wir auch zusätzlich uns noch aufwerben, noch nicht ganz die super exklusiven Übungen zum Beginn, nicht, dass sich hier irgendjemand was zerrt und dann, wenn ihr merkt, okay, es geht schon langsam, dann macht den Ausfallschritt ein bisschen größer zur Seite und vor allen Dingen der Hopp wird auch größer. Ich habe fünf Übungen im Beinbereich für euch und die machen wir zweimal durch, bevor wir dann zum nächsten Block wechseln, zu unserem Po-Block. Po-Block. Gleich ist, Pause, Tree-Level-Squats, wir machen jeweils fünf für eine Art Squat und wir fangen mit dem dichtesten an, Beine aneinander aneinander, eins hier unten bleiben, zwei, drei, vier, fünf, hier unten wechseln, Schulterbreit, eins, zwei, drei, vier, fünf, weiter, Sumo, eins, zwei, drei, vier, fünf. Einmal ausschütteln und wieder von vorne, nah beieinander, tief, fünf, Schulterbreit, eins, und Sumo. Schön nach hinten auf die Ferse, Oberkörper bleibt gerade, fünf. Oberschenkel schon am brennen, wieder von vorne, auch wenn gleich der Beep geht, wir merken uns die Stelle und dann machen wir gleich weiter. Squat-Circle heißt Squat-Circle. Okay? Los! Tief gehen und mit dem Bounce gehen wir zur Seite. Und wenn ich sage Wechsel, drehen wir natürlich den Circle in die andere Richtung, dann kreisen wir also die Beine rein. Immer schön tief gehen, beim Hochkommen ein Bein kreisen. Und wir wechseln, ausschütteln und nach innen. Das ist erstmal so eine Koordinationssache. Und immer schön tief gehen, wir machen nicht nur den hier, wir sind nicht beim Aufwärmen. Wir kreisen runter, kreisen runter. Okay, neue Übung. Markis, wir starten auf einer Seite der Matte, Hände ziemlich zur Seite, jump over, fangen. Okay? Zur Seite, hopp. Wie so ein kleines Äffchen, wieder auf dem ganzen Fuß landen. Und hopp. Oh mein Gott, das brennt schon ziemlich am Oberschenkel. Fast wie unsere kleinen Fröschchen, oder? Es brennt. Weiter geht's. Hopp. Schön hochnehmen die Beine, landen. Auf dem ganzen Squat hier, das heißt nicht nur auf den Zehenspitzen, bring die Fersen runter. Oh, das ist am Brennen, oder? Zehn Sekunden. Runterkommen. Hopp. 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 Und auf einmal die Runde. Erstmal die Side-Lunch-Hops. Und dann haben wir den ersten Tower, den ersten Block. Side-Job. Zur Mitte. Side-Job. Zur Mitte. Und auch hier mal drauf achten, wenn ihr zur Seite geht. Ihr bleibt nicht hier oben. Und macht den Hopp. So, und wir gehen auch richtig hier. Das Gewicht geht zur Seite, zum äußeren Fuß. Und dann wirklich mit dem äußeren Fuß vor allen Dingen arbeiten. Ganzer Fuß am Boden. Nicht nur auf die Zehenspitzen. passiert. Aber es ist wichtig, dass der ganze Fuß arbeitet. Und vor allen Dingen die richtigen Muskeln arbeiten. Und Side. Hopp. Mitte. Großer Hopp. Wir heben ab, kommen runter. Federn. Und gleich wieder zur Mitte. Three Level Swords. Bereit machen. Wir waren nicht mal beim Schulterbreiten. Und los. vier, fünf. Und Sumo. Schön nach hinten. Und wieder in die Mitte kommen. Wir von vorne. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Schulter. Und schön breit. Und justiert nochmal nach. Geht schon mal richtig tief rein. Sodass ihr eigentlich den Boden berühren könnt. Ohne natürlich, dass die Schultermutter sinken. Fünf. Und wir stellen uns ganz breit auf. One leg circles. Schütteln. Und schütteln. Schütteln. In der Hoffnung, dass der Schmerz weg geht. Okay. Nach außen. Nach außen. Bis ich wechsel sage. Gehen wir so lang nach außen. Und mal schön den Squat zwischendrin. Circle. Runter. Circle. Runter. Wir landen immer fest. Po nach hinten. Und komm exklusiv nach oben. Bam. Und wir wechseln. Jetzt geht's nach innen. Nach zehn Sekunden. Nehmen wir den Blick auf die Zeit. Drei. Zwei. Letzte Übung für die Beine. Sind unsere Monkeys. Fast die Schlimmsten, oder? Die hören sich mal so süß an. Runterkommen. Hände platzieren. Jump over. Fangen. Wieder zurück. Werft eure Beine schön bald hoch. Und landet dann, wie ich, richtig in diesen Squat drin. Und ich möchte die Fersen am Boden sehen. Manche können das nicht. Kein Problem. Dann nehmt eure Gesäße ein bisschen weiter hoch. Und macht's hier oben. Letzte 20 Sekunden. Und dann gehen wir zum nächsten Block. Ich möchte nicht sehen, dass ihr auf den Zehenspitzen seid. Dann lieber das Gesäß weiter hochnehmen. Nächste Übung. Wir legen uns auf den Rücken. Wir machen Hip-Lifts mit einem Hop. Hopp. Okay. Wir fangen mit rechts oben an. Eins. Zwei. Drei. Und hopp. Hält ruhig mit den Händen mit. Wechsel. Eins. Zwei. Drei. Und hopp. Wechsel. Hier seht ihr, dass meine Hände helfen mit. Ach. Genau. Also. Eins. Zwei. Drei. Und der vierte ist der Hopp. Hopp. Und wieder fangen. Wechsel. Eins. Zwei. Drei. Hoch. Und langsam runter. Hoch mit der Hüfte. Schön weit hoch. Zwei. Exklusiv. Drei. Und. Puh. Eins. Zwei. Drei. Und der vibriertet uns. Puh. Wir gehen in den Plank. Machen Leg-Lifts nach hinten. Also. Eins. Kick. Ferse raus. Zwei. Und. Jump nach innen. Okay. Wieder von vorne. Eins. Zwei. Und ich möchte sehen, wir springen einmal hoch und wieder zurück. Okay? Zwei. Jump in. Und wieder raus. Und jump in. Holt ruhig mit Sprung. Bam. Und wieder den Plank. Rechts. Links. Jump. Links. Rechts. Hier seht ihr da keine Ballerina-Füße. Ferse raus. Po aktivieren. Ferse raus. Jump. Rechts. Links. Curtsy lunges. Windmill. Geht so. Wir gehen mit der Windmühle zur Seite. Okay? Ich bleib gleich drin. Und manche werden denken auch, ja. Das geht's. Blickt eure Hand hinterher. Und richtig überkreuzt nach hinten. Und ich sag euch, diese Übung hat mir mal den Po-Muskel-Kater meines Lebens beschert. Also schön auch hier vorne einknicken. Und den Wechsel. Circle. Windmill. Zur Seite weg. Kreis. Weg. Hand hinterher schauen. Jump up. Und zur Seite. Schön reingehen. Zehn Sekunden. Side. Stretch. Wir gehen wieder runter. Hände vor uns platzieren. Wir treten. Zur Seite weg. Halten. Komm in die Mitte. Seite weg. Ferse raus. Rücken. In die Mitte. Weg. Kommt immer schön. Hüfte sinkt im Boden. Bleibt aber leicht über dem Boden schwebend. Und schön halten. Und schön halten. Hochkommen. Wegdrehen. Hand weg. Nur eine Hand hält. Die andere geht hoch. Linkes Bein zur rechten Seite. Und rechte Hand weg. Fünf Sekunden. Side. Und. Get it. Okay. Mini Frog. Ich glaube, ich bin bekloppt, dass die jetzt noch kommt. Okay. Wir gehen ins Squat. Schön Po aktivieren. Hopp. Hopp. Und der dritte Hopp. Hopp. Und wir jumpen zurück. Okay. Ihr seht, wir sind ganz schön dicht hier unten. Schön breit stehen. Hüfte ein bisschen hoch. Wenn die Fersen nicht bis zum Boden kommen. Hopp. Hopp. Und hopp. Ich weiß, die ganzen Beine brennen. Aber wenn ihr Fersen am Boden habt, geht es vor allen Dingen um den Po. Die Frogies. Das sind vor allen Dingen die schwersten Frogies. Okay. Hopp. Und hopp. Noch einmal durch. Hände vor. Hopp. Hände vor. Hopp. Noch einmal durch das Ganze. Und dann kommen wir zum Po. So. Der erste ist unsere Hip Lifts. Drei Stück. Und dann ein Hopp. Eins. Zwei. Drei. Und hopp. Wechseln. Eins. Zwei. Drei. Und wir gehen hoch. Hopp. Fangen uns und wechseln. Je weiter weg ihr die Füße platziert, desto schwerer ist es. Natürlich auch zum Abspringen. Hoch. Hoch. Weit hoch die Hüfte. Bringt sie ganz dick hoch. Zwei. Hoch. Drei. Und wir nehmen Anlauf. Hopp. Wechsel. Drei. Und hopp. Wechsel. Knie nicht einsinken lassen. Schön stabil. Und hopp. Fangen. Wechsel. Plank Lifts. Wir drehen uns wieder mit unseren Jump In. Kennen wir ja schon vom Burpee eigentlich, aber das kann man genauso gut so machen. Und wir gehen rechts. Links. Jump In und wieder raus. Links. Rechts. Exklusiv rein und wieder raus. Wenn ihr euch das nicht traut, das Schlimmste, was passiert ist, dass ihr hier landet und dann geht ihr einfach wieder zurück. Links. Rechts. Saure Plank. Jump In und wieder raus. Wieder das Gewicht nach vorne verlagern. Rechts. Links. Jump In. Und links. Rechts. Wir arbeiten. Job. Nicht aufgeben. Wir haben noch sieben Sekunden. Jump. Wechsel. Sieben. Gelettet. Und wir machen gleich weiter mit unserem Curzy Lunch Windmill. Wir drehen. Weg. Und weg. Schön den Kreis mit den Händen ziehen. Und zur Seite gerade. Blick hinterher. Und vor allen Dingen, wir sind nicht hier oben. Das ist nicht so eine Tanzbewegung. Sondern wir gehen runter. Schön weit mit dem hinteren Bein raus. Raus mit dem Bein. Raus. Damit das Vorderen noch mehr arbeiten muss. Noch 20 Sekunden. Und Windmill dreht. Und dreht. Vorderes Bein. Zeigt immer geradeaus. Also lasst es nicht irgendwie so. Weiß ich nicht. Einsinken. Lasst es nach vorne zeigen. Es guckt geradeaus. Zu euch. Und euch. Jetzt guckt zu mir. Bereit. Wir gehen wieder in die Mitte. Machen unsere Side Stretch. Zur Seite weg. Ferse raus drücken. Richtig raus. Keine Ballerina Beine. Ferse raus. Und wenn ihr nicht reindreht. Das Standbein ist am Boden. Temi will jetzt hier spielen unbedingt. Temi. Komm her. Lass mich nicht von eurem Mund ablenken. Es passiert. Wechseln zur Seite. Und jetzt zur anderen Seite. Hopp. Konzentration auf das, was ihr macht. 10 Sekunden. In die Mitte. Andere Seite. Bein ausschrecken. Hopp. Gerade. Unsere Mini Frogs. Runden die Beine ab. Und den Po. Temi. Komm. Geht mit eurem Lein-Fies weg. Und. Hopp. Hopp. Und hopp. Zurück joggen. Wieder vorwärts. Hopp. Hopp. Und hopp. Und wieder breit hinstehen. Ferse bis zum Boden bringen. Hopp. 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 Also wer jetzt nicht schwitzt. Der weiß ich nicht. Puh. Kleine drei Hops. Und zurück mit uns. Wieder runter. Puh. 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 Die Beine müssen natürlich mithelfen. Sonst hoppt ihr nicht vorwärts. Also Beine. Hopp. 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 Puh. Puh. Letzter Block. Kerze Lift. Letdown. Hände unter das Gesäß. Damit wir nicht ins Hochkreuz kommen. Wir gehen die halbe Kerze. Also hoch. Mit dem Becken langsam runter. Bis runter. Zur Not den Kopf anheben. Und wieder hoch. Hebt den Kopf ruhig an, wenn der runter geht. Damit ihr nicht ins Hochkreuz geht. Sondern dass der Bauch arbeitet. Okay? Euer Kreuz will vor allen Dingen die Bauchmuskel entlasten. Soll er natürlich nicht. Also richtig die Hände unter das Gesäß schieben. Und nur so weit runter gehen, wie ihr könnt. Okay? Wenn ihr merkt, oh ich komme ins Hochkreuz. Dann bleibt hier genau an der Stelle. Und zieht wieder hoch. Bis der untere Rücken den Boden verlässt. Und nicht weiter. Wir gehen zu den Burpees. Machen Side Lift. Das heißt, wir gehen zur Seite. Side Burpee. Hopp. Lift up. Crunch. Kommt in die Mitte. Jump up. Zur Seite weg. Eine Hand vor euch. Eine neben euch. Jump weg. Crunch. Hopp. Der ganze Bauch arbeitet. Andere Seite. Ihr seid seitlich. Crunch up. Hochkommen. Schön zur Seite weg. Und hopp. Großer Sprung. Andere Seite. Bereit machen für ein kleines Boot. Und wir heben unsere Beine an. Kommen runter. Und kommen wieder hoch. Haltet ruhig hier oben eure Beine, wenn es nicht anders geht. Könnt ihr euch so machen. Runter. Und hoch. Gehen runter. Wir ziehen unsere Beine wieder an. Mit der Kraft der Bauchmuskeln. Also runter. Und wieder hochziehen. Und immer bei der Anstrengung ausatmen. Das heißt, wir kommen runter. Ausatmen. Und exklusiv hoch ein. Und langsam runter. Exklusiv hoch. Und beim Runtergehen, nicht vergessen, die Beine strecken. Und wieder hochkommen. Beine strecken. Und wieder hoch. Bauchmuskeln. Sie brennen. Plank. Leg rock. Ich sag euch, diese Übung ist Mörder. Mörderschieber. Also fangen wir mit dem linken Bein an. Und wir platzieren es hier. Und hopp. Zieht es nur ein bisschen immer an. Anziehen. Seht ihr das? Ich ziehe es nur ganz ein bisschen hoch. Sonst mache ich nichts. Und ihr seht auch, das Standbein geht ein bisschen vorwärts. Und das ist der Baumer. Wir machen noch hier ein paar. Und dann wechseln wir aufs andere Bein. Kurz Pause. Und dann gehen wir aufs rechte Bein. Das rechte Hebe in der Plank. Und eins. Keine große Bewegung. Aber so viel Muskelkraut hoch. Wieder hoch. In den letzten Sekunden. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Und zum Schluss. Bevor es noch ein zweites Mal durchgeht. Wir machen noch eine Cardioübung, oder? Running on the spot. Und wenn ich sag down. Dann gehen wir Tocos down. Burpee. Bis zum Boden lassen. Und wieder hochdrücken. Ob ihr nun wellenförmig hochgebt. Oder ganz wie ein Brett. Ist mir rost. Raubst du uns fast da, gell? Okay. Down. Runter. Und ihr könnt wenn, fahre ich hoch. Weiter rennen. Wir rennen. Versucht mal wie ein Brett runter zu gehen. Auch wenn es über die Knie ist. Damit die Bauchmuskeln arbeiten. Down. Und wieder hoch. Elbogen zurück. Ist ja trotzdem ein Liegestütz. Und down. Und down. Weiter rennen. Hände mitnehmen. Mal richtig sprinten. Down. Wir rennen nochmal richtig. Drei. Zwei. Eins. Okay. Wieder von vorne. Zweites Mal unsere Bauchübung. Und dann haben wir es geschafft. Und du. Kerze. Hände und das Gesäß. Von hoch. Wir gehen langsam runter. Kopf hebt sich. Hoch. Runter. Ausatmen. Einatmen. Und ausatmen. Ferse rausdrücken. Wieder keine Ballerina-Beine. Die gibt es bei uns nicht. Ferse raus. Zehenspitzen anziehen. Und. 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 Anziehen. Wir müssen nicht miteinander konkurrieren. Achtet drauf. Ihr spürt den Bauch. Wenn es hier unten ist. Ihr zieht es wieder nach oben. Wir müssen langsam wieder runterlassen. Kurz halten. Und der Beef. Burpees. Sides. Dann machen wir dann seitlichen Burpees. Achtet drauf. Nur die eine Hüfte. Zeigt immer zum Boden. Die andere. Richtung Decke. Hände platzieren. Hopp. Crunch. Hochkommen. Jump up. Schön weit hoch. Andere Seite. Side Burpee. Seitlich stützen. Hopp. Hochkommen. Jump up. Andere Seite. Gehen zur Seite. Rüste nach vorne bringen. Das passiert auch sehr oft. Knick nicht ein. Gerade im Brett. Den ganzen Weg. Hopp. Mach gern so einen Zwischensprung. Das macht nichts. Zur Seite gehen. Upper Crunch. Boot. Gehen mit Brötchen. Bereit. Einmal tief durchatmen. Und wieder heben unsere Beine. Komm runter gerade. Fassen unsere Beine. Oder wenn ihr noch könnt. lasst sie einfach fliegen. Runter. Und wieder hoch. Ich mach gern einmal Zwischenatmen hier oben. Wenn ich bereit bin. Ausatmen. Runter. Einatmen. Hoch. Einmal Zwischenatmen. Runter. Und hoch. Wenn ihr noch mehr burnen wollt. Dann geht ihr eins. Zwei. Aber dann macht es auch durch. Keine Pause. Bis der Beeper geht. Zehn Sekunden. Let's go. Eins. Zwei. Drei. Die kleinen Crunches. Wir fangen jetzt mal mit unserem rechten Bein an. Und das ist mit die schlimmste Bauchübung, oder? Findet ihr auch? Hochkommen. Hochkommen. Rechtsbein. Crunch. Crunch. Euer Kopf kommt auch ein bisschen Richtung Knie. Das ist wie so eine Klappbewegung. Klapp. 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 Letzte Sekunde auf der Seite. Eins. Zwei. Drei. Vier. Und fünf. Einmal durchatmen. Wir müssen den Muskel stretchen und weiter geht's. Eins. Andere Seite. Bin jetzt bei links. Zehn Sekunden. Seid ihr bereit? Wir powern. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Nicht aufhören. Eröffnet fliegt. Gerettet. Letzte Übung. Gehen wir nochmal alles zusammen, oder? Wir rennen. Auf der Stelle. Wir machen einen Burpee down. Burpee down. Und Burpee down. Hoch. Und wir gehen nochmal. Burpee down. Runter. Und wieder hoch. Noch einmal runter. Down. Hoch. Können Sie nochmal? Wir sprinten. Burpee down. Zehn Sekunden. Laufen. Noch einmal. Burpee down. Hochkommen. Wir rennen. Und rennen. Und wir haben es geschafft. Sehr, sehr schön. Oh mein Gott. Es war anstrengend. Ich hoffe, es war für euch auch anstrengend. Ich muss meinen Timer hier nochmal zurecht bieten. Ich hoffe, das Workout hat euch gefallen. Dann gebt dem Video unbedingt einen Daumen hoch. Weil ich muss ja sehen, dass ihr mehr solche Workouts wollt, oder? Kann ich nicht, Riescher. Und wenn ihr genug Daumen hoch habt, kommt auf jeden Fall bald noch eins. Und wenn ihr mehr solche Workouts wollt, dann ist genau das Bodyshape rund das Richtige für euch. Also, unten auf den Link gehen. Da kommen vier bis fünf Workouts in der Woche. Und jetzt seid ihr voll beschäftigt mit ganz vielen Workouts von mir, mit mir. Genau wie jetzt. Tschüss. Tschüss. Tschüss.